Zu sehen, wenn zwei Rehkitze über die Wiese hüpfen, da kommt es dann nicht drauf an, was zu schießen. Die Harmonie mit der Natur, das ist wichtig für mich. Mein Vater hatte schon den Jagdschein und dadurch waren wir natürlich immer auch, mein Bruder und ich, immer mit draußen im Wald, in der Natur. Und so kam es, dass das Interesse dann irgendwann geweckt wurde, auch den Jagdschein zu machen. Und das jetzt schon 20 Jahre. Für einen Jäger ist ein qualitativ hochwertiges Messer sehr wichtig. Bei meiner Lehre zum Metzger, da ist mir die Firma Dick das erste Mal begegnet und seitdem verwenden wir das auch. Es muss die gewisse Schärfe haben, muss die Schärfe auch halten, damit ich auch wirklich das Wild richtig verarbeiten kann. Das fängt an beim Aufbrechen, geht weiter, beim Zerlegen, beim Abschwagen. Sie müssen gut sein. Ein wichtiges Messer, das man braucht, ist das Aufbrechmesser. Hier bietet sich eben das Ergogrip an. Der Grip ist gut, damit ich auch, wenn ich nasse Hände habe, nicht abrutsche. Die Klinge ist fantastisch, hat eine unheimlich hohe Standhaftigkeit, dass sie lange steht und scharf bleibt. Und das ist wichtig. Mit der Natur zu leben, sich auch aus der Natur zu ernähren mit dem Wild, das man auch geschossen hat, sprich erlegt hat, da reiht es überhaupt die Jagd. Das muss einem einfach liegen. Das muss einem einfach liegen.